Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich wollte euch erstmal mitteilen, deswegen starten wir auch in der Lobby, dass ich Premium auf gommad.net jetzt habe. Habe ich mir einfach mal gegönnt für einen Monat. Dass es soweit für Premium Plus oder YouTube rankommt, ist es natürlich leider noch nicht. Das weiß ich auch gar nicht, ob ich das jemals in meinem Leben erreichen werde. Ich denke mal nicht. Aber na gut. Hier haben wir auf jeden Fall Premium. Ich habe mir noch dazu die Enderboots gegönnt, weil ich halt noch ein paar Euro auf meiner PaySafe-Karte hatte. Ja, finde ich ganz nice, bin ich endlich mal Premium. Das muss ja auch mal sein. Die Enderboots machen übrigens folgendes. Ihr könnt euch, wenn ihr sneakt, irgendwo hinporten, wo ihr gerade hinguckt. Optional könnt ihr auch mit WL in die Richtung laufen. Dann klappt das Porten manchmal besser, aber manchmal klappt das Porten gar nicht. Und beim Porten kommt ja auch diese nette Ender-Option. Ja, finde ich ganz nice. Und dazu haben wir noch die Doppelsprünge. Und ich würde sagen, gehen wir einfach mal in eine Runde. Wir spielen heute Skywars. Ja, wollen wir mal. Oh, ich denke immer, ich sneak immer davor. Und dann weiß ich gar nicht, dass wir, dass ich mich ja dadurch Porte. Ja. Einfach mal in Labyrinth-Siffel jetzt gerade reingegangen. Haben das Tank jetzt ausgewählt. Ich habe meinen Optifine-Cape gerade gar nicht sichtbar. Aber es ist wahrscheinlich da. Es ist bloß nicht sichtbar gerade für mich. Das backt manchmal ein bisschen. Das ist aber heute schon zum zweiten Mal passiert. So ist es jetzt mal einen Monat nicht passiert. Also es ist schon vorher mal passiert. Dann ist es mal einen Monat nicht passiert. Und jetzt passiert es wieder mega oft. Verstehe ich nicht. Nervt auch ein bisschen. Dann muss ich immer auf die Seite gehen. Auf Deaktivieren klicken. Oder dann noch auf Aktivieren klicken. Und danach Minecraft schließen. Und so weiter. Aber das werde ich alles nach der Aufnahme machen. Es stört ja jetzt nicht. Auch wenn es schön ausgesehen hätte. Egal. Wir haben es schon wieder geschafft. Das ist nice. Irgendwie kommt es mir vor. Dass es immer mehr leckt. Als ich so auf. Als wenn ich so spielen würde. Obwohl ich fast genau die gleichen FPS habe. Also ein Aufnahmprogramm zeigt mir jetzt immer so. 110 bis 200 FPS an. Die F3-Sicht auch. Ungefähr. Die ist auch eigentlich identisch. Also ich verstehe nicht warum. Da. Das Ganze nicht mitmacht. Aber. Kann man jetzt ja nichts machen. So. Zack. 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 Tracker haben wir. So. Zack. 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 Wir snacken einfach mal alles raus. Weil unser Teammate irgendwie gerade AFK ist. Finde ich scheiße. Dass sowas ist. Also ich wäre zum Beispiel nicht AFK gegangen. Einfach. Zumindest wäre ich da nicht in die Runde gegangen. Wenn ich wüsste ich wäre AFK. Finde ich ein wenig schade. Sowas unter der Party. Kann das Spiel leider gar nicht gewesen sein. Weil man dann. Jetzt leckt es aber auch gerade. Geh. Okay. Ich bin geschatbannt immer noch. Weil ich nenne das gerade am gleichen Tag auf. Aber trotzdem geht das nicht. Jetzt geht es. Geh. Okay. Jetzt geht es wieder. Hat anscheinend gerade nur ganz kurz geleckt. Dann. Gehen wir mal hier rein. Ich finde es nur scheiße. Dass der AFK ist. Mega scheiße. Und ich. Momentan fällt mir auf. Gibt es mega viele Steve Skins. Wenn ihr das wisst. Könnt ihr mir ja mal in die Kommentare schreiben. Warum. Ja. Ich wollte gerade nur gucken. Ich dachte über ein Headset wäre ausgegangen. Ähm. Peace. 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 Bruder. Peace. 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 Digga. Bin ich jetzt halt hier rein. So. Lappen. Okay. Das war jetzt natürlich nicht böse gemeint. Das Lappen ist einfach nur so aus Spaß. Gesagt. Ich hoffe ihr versteht das. Dass ich sowas natürlich nicht ernst meine. Und dann. Haben wir jetzt hier schon mal eine Enderpearl. Die könnte uns gut retten. Die legen wir jetzt einfach mal auf 1. Müssen uns natürlich beeilen. Dass hier uns keiner. Auflauert. Bauen wir es dann mal nach oben. Macht man immer. Gerne auf. Labyrinth. Und es gibt noch ein weiterer Spieler. Ich hab. Eigentlich. Eigentlich könnte ich mir jetzt. Die Enchantments Bottles aus den Kisten holen. Enchanting Bottles. Ja. Übrigens in. 4x2. Enden die Runden. Meistens nicht so killreich. Also sorry schon mal dafür. Das ist meistens so. Weil. Die meisten schon mega in die Offensive gehen. Und deswegen enden die Runden bei mir in 4x2. Und so nicht. Meistens nicht so killreich. Ah hier sind sie. So. 4 Level. Dann können wir ja immer direkt in die Mitte gehen. So. Oh nein 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 nein. Nein 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 nein. Nein. So. Das haben wir noch schnell Enchanted. Okay. Er rennt weg. Warum bleibt er denn nicht hier? Okay. Na. Notfalls nehme ich hier noch das Feuerzeug. Rein. Ich kann ja mal das TNT aufspaß und zünden. Just for fun. Warum brennt das nicht? Ah jetzt. Okay. Er hat auf jeden Fall nicht in so ein Dings reingehen. Ich kann ja mal die Kisten hier durchgucken. Ob es hier irgendwie was so runter droppen gibt. Ne. Bis jetzt. Bis dato hier nichts. Hier auch nichts. Okay. Jetzt will er. Komm. Ach komm doch. Ich droppe dich schon nicht runter. Manchmal meine ich das sogar ernst. Ich droppe ihn. Ich droppe ihn eigentlich wirklich nicht runter. Ich habe jetzt wirklich gar nicht vor ihn. Irgendwie nur ansatzweise runter zu droppen. Außer jetzt vielleicht. Wenn er jetzt hier so dumm kommt. Aber wenn er jetzt ganz normal runter springen würde zu mir. Würde ich ihn noch nicht runter droppen. Ich meine wenn er hier steht. Ich würde jetzt nicht zu ihm hinrennen und hier runter droppen. Wenn ich jetzt davon ausgehe. Dass er jetzt auch wirklich hier rüber springt. Wenn ich weiß er wird eh weg gehen. Dann okay. Aber wenn er. Spring doch jetzt einfach drüber Digga. Ja Lava. Ach komm. Leck mich. Ohne Spaß. Deine Lava in deinen Arsch. Jetzt komm doch einfach rüber. Verdammt du Scheiße. Ich mach doch nichts. Digga. Dein Ernst. No. No No Pick oder Leck. 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 Okay. Aber ich habe ihn trotzdem. Bekommen. Nice. Ja GG kann ich leider nicht schreiben. Aber nice. Auf jeden Fall auch GG an dieser Stelle. An ihn. Er wird es eh nicht sehen. Aber. Trotzdem. Und. Ja. Die Runde. Werde ich. Jetzt einfach mal so lassen. Ja. Sieben Minuten. Ich werde die Minecraft Folgen jetzt immer ein bisschen kürzer machen. Ich werde manchmal auch noch so längere Parts machen. Also keine Sorge. So 15 Minuten Parts in Minecraft wird es sicher noch geben. Aber jetzt einfach mal. Nicht. Ja. Sieben Minuten reichen jetzt erstmal für den. Für die ersten Minecraft Videos seit lang. Oder nicht seit lang. Aber seit einer Woche. Und. Oder seit anderthalb Wochen sogar. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hoffe ich euch hat es gefallen. Und. Ja. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Und. Ciao. 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 Ciao.